50-50 Fahrt mit genügend Schwung gerade an. Vorm Absprung geht ihr in die Knie. Und beim Absprung drückt ihr euch aus der Hocke ab. Beim Landen auf der Box geht ihr in die Knie und achtet darauf, dass ihr flach aufkommt und nicht verkantet. Fahrt geradeaus locker in den Knien. Am Ende der Box drückt ihr euch nochmal leicht ab und federt den Sprung mit den Knien ab. Und das war's für die Koen. Das war's für die Koen. Also, für die Koen bis zum Buch mehr so ein bisschen schlafen. Und das war's für die Koen bis zum Buch und bis zum Buch. Então, ich kann euch schlafen mal kurz aus. Und natürlich sind wir hier in die Dreier mit die Knie verpackt. Und das war's für heute ist es sehr schnell. Vielen Dank.